Und so sieht man eben, dass bei der geradlinigen Veränderung es oft nur um Produkte geht, aber bei der disruptiven Veränderung auf einmal um ganze Geschäftsmodelle. Und da ist es als Unternehmen eben wichtig, auch beides zu erkennen. Das heißt, sowohl Produkte stetig weiterzuentwickeln, aber auch die großen Umbrüche mitzubekommen. Dann ist die Frage Innovationen, wie verbreiten die sich eigentlich im Markt? Oft gibt es, gerade wenn man im technischen Bereich ist, sieht man schon Innovationen und da wird gesagt, ja, das gibt es ja alles schon, aber da kommt es ja nicht darauf an, ob es das schon gibt, sondern es kommt darauf an, ob das sich im Markt verbreitet hat und ob man damit schon richtig gutes Geld verdienen kann. Auf diesem Chart ist auch sehr spannend, nicht nur zu sehen, dass im Prinzip von der Erfindung, bis es sich richtig am Markt durchgesetzt hat, 60, 70 Jahre vergangen sind, sondern eben auch, wie Ereignisse darauf wirken können, dass sich Innovationen schnell durchsetzen oder langsam durchsetzen. Um so ein bisschen mit den Innovationen zu spielen und mal so ein bisschen zu zeigen, was das heißen könnte für Unternehmen, für Länder, habe ich mir zwei Themen rausgesucht. Das ist einmal die Zukunft der Produktion und zum Zweiten die Zukunft der Mobilität, die ich jetzt an Beispielen etwas erkläre. Im Moment ist ja in aller Munde das Thema Industrie 4.0, das ist ja auch auf der Hannover Messe so das große Leitthema und da geht es im Prinzip darum, wie die Produktion noch stärker vernetzt wird, wie sie sozusagen das Internet in sich aufsaugt, das Produkt, das gefertigt wird, selbst weiß, an welchem Status es gerade ist und welcher nächste Schritt an der nächsten Maschine gemacht werden muss. Hier ist ein 3D-Drucker in Action. Man sieht, da wird ein kleiner Kunststofffaden zugeführt, das wird warm gemacht und dann werden die Teile Schicht für Schicht langsam aufgebaut. Hier sind jetzt auf einer Druckerplatte mehrere Teile, die im Prinzip in die Höhe gedruckt werden und diese Teile haben eine Güte, dass man sie nachher auch gut zusammensetzen kann und daraus im Prinzip dann mechanisch-funktionale Bauteile entstehen. Wenn Sie sich zum Beispiel umdrehen, dort oben, sieht man so ein kleines Kunstwerk, was durch riesengroße Handarbeit erzeugt worden ist, wo viel gelötet und zusammengearbeitet worden, gebogen ist, um dieses Produkt zu erzeugen. So etwas könnte man im Prinzip in relativ überschaubarer Zeit in einem 3D-Drucker in einem ganzen Stück ausdrucken und das ist eine gigantische Arbeitsersparnis gegenüber der Handarbeit. Was den 3D-Druck jetzt etwas von dem, sage ich mal, Industrie 4.0 unterscheidet oder von der traditionellen Fertigung ist, wenn man jetzt einfach mal in wirklich extrem denkt und extrem wäre, der 3D-Drucker steht bei mir zu Hause, ich lade mir die neuesten Produkte aus dem Internet runter und drucke die bei mir zu Hause aus und kann sie dann einsetzen. Und das verdeutlicht im Prinzip, wenn ich dieses extremen Beispiel angucke, was das auch heißen würde für eine Wertschöpfungskette. So, nach dem Thema Zukunft der Produktion noch ein ganz anderes Thema und zwar die Zukunft der Mobilität. Und hier ist eben sehr spannend im Bereich Mobilität, das ist ein Thema, wo wir etwas auseinanderlaufen, wenn wir uns mit China vergleichen. Andere Bereiche, wie zum Beispiel das Smartphone, das hat sich durchgesetzt und wird weiterentwickelt und genutzt. Und hier, wir nutzen das, der Fernseher wird in beiden Ländern immer mehr genutzt und andere Dinge werden auch in Ländern gleich genutzt und gehen in die gleiche Richtung. Und bei der Mobilität ist das auf einmal anders. Das autonome Auto ist das Auto, was selbst fahren kann, komplett ohne Fahrer. Das heißt, ich hole mein Handy raus und das Handy weiß schon, aha, ich bin in der IHK und ich sage, in 10 Minuten hätte ich gerne das Auto. Dann kommt das hier vor die Tür, stellt sich da ab, ich kriege eine kurze Nachricht, gehe raus und fahre dann dahin, wo ich gerne hin möchte. Ja, und wo wir schon bei den Branchen sind, auch spannendes Thema, da freuen sich dann ja nicht alle drüber. Also gut, die ganzen Carsharing-Anbieter würden im Prinzip aufgehen in dem Carsharing durch autonome Autos. Leute, die große Parkhäuser betreiben, werden gewisse Probleme haben, weil das autonome Auto von einem Kunden zum nächsten fährt und eigentlich gar nicht mehr groß zwischengeparkt werden muss. Das heißt, hier sind wir auf einmal in der Situation, viel zu viele Parkflächen zu haben, die dann überflüssig werden. Auch wenn man sich das bei großen Malls oder so anguckt, also Einkaufsrennen außerhalb, das sind gigantische Plätze, die sind einfach nur zu betoniert und dann ist da Parkfläche. Das brauchen wir alles gar nicht mehr. Dann sieht das eher aus wie in so einem Luxushotel, man fährt regengeschützt irgendwo unter, steigt dann aus und dann fährt das Auto wieder weiter und holt den nächsten. Denn immer wenn wir disruptive Veränderungen haben und neue Geschäftsmodelle, dann werden plötzlich die Karten neu gemischt. Es entstehen neue Geschäftsmodelle, Unternehmen können sich neu positionieren. Wer zu Anfang ganz groß dabei ist, kann vielleicht jetzt ganz unten landen und wer vorher noch nicht so die Geschäftsmöglichkeiten gesehen hat, kann seine Produkte jetzt auf einmal ganz wunderbar verkaufen. und habe für mich darauf veröffentlicht, dass damit ein Geschäftsmodell ist. Und wenn die Karten neu mean, die Karten neu kaputtал, dann können wir wieder auf dem Karten hinlegen. Vielen Dank.